Hallo und herzlich willkommen zu Mighty Ducks Gaming. Wir spielen mal wieder eine Runde Drota 2. Mit dabei sind in Stereo, der Manta und ich ZXGen. So, das heißt mal, Let's Rape, ne? Warte mal, weggeleck mich dir. Mitte oder wie? Ich glaube, ich gehe Mitte, oder? Nein. Ich? Nee, ich, Alter. Ich? Du kannst jetzt bitte gehen. Ach komm, leck mich. Tschüss. Na gut, dann gehst du halt mit. Fick dich. Garnon, kannst du noch Wards nehmen? Ja, ich habe Platz. Danke. Du gehst doch hoch oder du brauchst die Wards. Komm her. Du brauchst die Wards. Ich wollte aber nicht mein Tango weghaben. Scheiß auf. Oh, wer hat mein Kurier? Warte mal, kriegst du... Ach, nicht Quatsch, ich muss ja mit dir hochgehen, ich bin so bescheuert, Mann. Mach bestimmt keine Tri-Land unten. Ja, dann übeld. Warte mal, dann nehme ich doch deinen Iron Branch mit, ey. Was ist denn hier los, ey? Geh erst mal vor und warte schon mal loofen. Ne, ich nehme deinen Iron Branch mit. Ja, ja, ja. Der es denn mir gibt. Vom Weselchen gib her. Gut, der gibt's. Ja, blenso. Scheiße, das Game geht schon los. Ich bin noch am Essen. Geh übrigens deine dritte gleich mal, Mirana. Dein Q und dein Wesel da. Ehe sinnlos. Ich weiß. So, dann skillst du eh dann erst den Kurs und dann im Spiel. Und schluss sie nie. Ja. Ähm, ach so, deine Ulti. Skill mal bitte. Deine Ulti ist ab Level 10, die brauchen wir eh nicht. Ich weiß schon, wie ich die Mirana zu skillen habe. Keine Sorgen. Keine Sorgen. Ich weiß ja nicht. B ist ja nicht. Der Luke nimmt ja auf, ne. Sind ja alles in deiner Vision. Warte mal deinen Iron Branch. Brauchst du ja. Oh, ne, ich muss gegen Krochen, damit ich spiele zu mir. Ne, ich hab da noch mal ein Wort. Passt ja schon alles. Ja, stimmt. Den behalte ich dann halt noch so lange. Oh, ein Faceless Void. Oh, die Creeps haben sich gesplittet. Boah, die Kino-Fälle sind so schlecht, ne. Ich hab drei Larses und zwei Denais hier und noch kein Larses. Oh, die haben Rubik's Mitte. Der Rubik geht hoch, glaub ich, oder? Ja, der ruht zieht nach oben, glaub ich, oder? Ne, der bleibt Mitte? Der Rubik oder was? Der Rubik ist nach oben, der ruht geht nach oben, glaub ich. Oh, da hat man fast grad nice. Nice. Und der Chaos Knight hat's auch noch gekippt. Oh, lol. Wow. Luke ist voll das Glückgeschwein, Alter. Immer wenn wir mit dem spielen, haben wir immer voll das Lack. Gegner sind bestimmt extrem scheiße, Alter. Wir wissen nicht mal, was ein Lasted ist, glaub ich. Alter, die Queen of Pain ist mega schlecht, ne. Sie dürfte nie gegen mich an den Lasted verlieren und trotzdem hab ich mir Lasted erzählt. Eigentlich müsste sie dir immer eine Kuh draufhauen und schon hättest du keine Chance mehr. Ja, macht sie jetzt, hat sie jetzt angefangen mit. Nur schade ist das jetzt so umkriegt, ach da ist der Rubik. Jetzt versucht er dort gleich zu vollen. Wir den Lasted da haben. Puh, die scharfe, die scharfe Zeugung, wo Meck ist, sie sind nicht scharf, Alter, das ist ja voll die Verarsche. Ja, das ist ja auch schlecht. Ja, können wir gleich mal ein Video antragen an hier, ne? Meck ist Currywurst, nicht so geil. Aber Meck ist unser einziger Sponsor. Genau, Alter. Oh, der backtrackte der letzte. Ja, das ist bestimmt so ein Russen, weil, äh, Alter, der backtrackt alles. Biddle ist missing. Ist doch die Akasha, ne? Okay, die kommen wieder. Äh, warte. Äh, ne doch, die ist da. Boah, was? Boah, was? Gut. Äh, räumen wir doch mal direkt ab hier ne Runde. Sorry, dass ihr gesteilt habt, aber ich wollt's geste... Ja, passt doch, ich wär da nie dran gekommen. Ohne den Damage, ich hatte kein Q-Ready. Ach so, das ist kein Q-Ready, na dann. Nein, ich hatte mal ein Stun auf Level 2. Genau, sei es grad erst Level 3 geworden. Perfekt ist wieder miss. Was da eigentlich so los geht, oder deine Schlampe da. Hier, Middle is missing, hab ich gehört. Luke? Ah ne, Mitte ist wieder da. Ja, ja. Könnt ihr losen, halt. Einen Iron Branch willst du, glaub ich, wieder haben, ne? Mh, Mitte ist immer noch... Jetzt kannst du mir geben. Okay, jetzt kann ich's dir geben, gut. Hey, Ganon, das ist ne Illusion. Wo ist ne Illusion? Das in der Mitte war ne Illusion. Ach so. Die ist jetzt wieder da, die hat ne Haste-Drone. Ah, sie ist noch in der Mitte bei dir, ne? Jaja, die hat halt... Der Rubik war... oder wollte pullen. Der Rubik ist missing. Ah, der ist wieder da. Können wir den töten, den Rubik, glaubst du das erstens dann? Ja. Warte. Jetzt. Oh. Ich dachte, er geht nach hinten weg. Ach komm, ich hab mir mein B auf Level 2 geskillt. Ist egal. Kann man ja so, vielleicht noch ein bisschen... Ah, guck mal, da haben wir noch ein Leap. So doof. Dann haben wir noch... Dann haben wir noch ein Leap rausgeholt. Ich könnte nur mal probieren, einen Stun rauszuhauen, aber ich glaub, äh... Wir kriegen keine Kontrolle. Nein, ich hab okay, gar nichts mehr. Ich hab gut geer, wenn ich mich nicht nutze. Wir gucken jetzt erstmal alles mögliche, was ich brauch' Soooo... We noch geht es in den Augen... Team geht hoch, oder was? Team geht hoch, oder was? Team geht hoch, oder was? Die hat Wads. In dieses Slow-Creep, total geil, ne? Der... Der Face das Wort steht nahezu, auf der Stelle. Ich glaub, ich muss die... Boah, Mann, Alter. Oh, nicht, da ist so ein Creep gekommen. Ich find's schnell fest, dass wir jetzt noch da bleiben. Ah, der hat einen im Hypot. Uh, Hilfe. Mensch. Äh, hab ich jetzt zu sp... Ah, da ist schon mal ein Tier gestorben. Oh. Sollt nicht so ein Creep stehen bleiben. Bei einem Creep habe ich erst mal Power Sweats fertig. Soll ich dir wieder ein paar... Lasted Slug. Ach, ich soll dich ja nicht... Naja, ist egal. Kostov kennt mich doch hier. Mit dismissed. Dismissing? Er ist wieder da. Die nimmt ihre Tanklos. Aua! Hast du... Können wir den Tower tanken und diven? Ich hab keinen... Ich hab den Crew nicht ready. Ich hab also vollen Damage Output, ne? Wenn ich... Wenn ich einen Stunt... Nimm mal meine Tanklos. Kannst du behalten, ruhig. Wenn ich... Also ich könnte probieren, einen Stunt zu treffen von hier. Nein, der hielt sich grad wieder, der Faceless. Ja gut, aber der... Fällt gerade auch. Äh... Mitte Missing. Anni, Mitte ist hier da. Nein, die ist da. Du sagst, du fällt mir grad auf Mitte ist Missing. Nö, die counter mich mit ihrem Slow. Weil ich mein Snowball dann langsamer ist. Auch auf einmal hat sie... Macht sie den... Macht sie den endlich mal auf dich. Ja. Soll ich werd dir ja mal ein paar Lasteds lassen, Luke. Hat er natürlich backtracked, natürlich. Wie ein Russe halt, wo es macht. Bitte Missing? Bitte ist Missing. Na, der ist wieder da. Na, Alter, die findet gay, die Rune, ne? Luke, wenn du... Trost... Naja, Stunt ist von der... Nee, 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 vergiss es. Nicht, dass die... Weg, Rune auch noch, Alter. Ich ahne es schon, dass ich die will nicht zum Nace machen, jetzt dann werfe, dass er backtracked. Oh, ja. Alter, fuck, Alter! Uppercut hättchen du treffen müssen, jetzt hab ich den Mana mehr, jetzt kann ich weggehen. Ach, ich bleib ja weiter. Ich fahre noch ein bisschen. Ich will eh nur überleben. Lane gegen Queen of Pain werde ich eh nicht gewinnen. Ist das denn eine Einstellung? Hallo? Hallo? Was ist wie so Einstellungen? Ich spiele jetzt... Ich hab gerade die erste Ward bekommen und ich spiele gegen eine Queen of Pain mit, die einfach jede Rune kriegt. Da geht nämlich... Äh, Wards. Missing. Missing. Missing, ja. Pass mal oben auf, Alter. Was hat denn die für eine Rune gehabt? Dreck. Ah, das ist natürlich ganz scheiße, dann kommt die bestimmt hoch oder runter. Die ist wieder hier, die ist wieder hier. Ja, ich geh mal wieder Warden. Oh, jetzt alle pushen, hoppla. Bin trotzdem Level über, Queen of Pain übrigens. Find ich Level 6 wär das mal die Frage. Wenn wir dann auf jeden Fall einen von denen töten, Luke. Oh, ich probier noch mal ein bisschen z'Harrison. Ah stimmt, ich hab ja noch einen Milchcheck. Er noch fleißig am Essen, Alter. Ist das wieder Missing? Weil die schwer ist es zu spielen im Irgendum. Und die anderen haben da am Essen müssen. Wenn das nur das Essen sei, oder, Robin? Was? Ist die immer noch Missing? Wenn das nur das Essen sei. Nee, die hat die noch keiner mehr verwendet. Da ist er. Scheiße. Geh mal weg. Äh, ist sie schon rum? Ja. Da ist sie. Nein, ich weiß nicht. Nein, nein. No chance. Wir waren uns nicht sicher, weil sie dreimal nicht hoch kam. Ja, aber die war halt so lange diesmal Miss. Und die war Missing bevor Runen gespawnt. Die kommt jetzt wieder runter, glaub ich. Wieder runter. Ich wünsch nicht, hat man eine Ulti, Alter. Ah, sie hat sie irgendwo hingeportet, hab ich gerade gehört. Ich versuche einen Sperr auf den Rubik zu werfen, ne? Jo. Dann töten wir ihn. Oho. Komm, wir töten ihn jetzt einfach mal so. Wiss ich nur nicht, wo er lang will. Ah Mensch. Ach komm, los, töte es einfach. Jetzt den hier. Ich hab Ulti. Oh. Oho. Der ist tot. Okay. Gut. Boah. Rauch nicht so viel. Ja. Was ich jetzt nicht brauchen, das ist schon mal schlimm. Ohja. Ich hab einen. Nur noch. Erkältung. Weißer, Alter. Husten. Da kommt der nächste wieder. Volled. Doch, ich bin eingeklemmt. Aha. Hier unten gewinnt die Lane Mega übrigens, steht 8-1, Alter. Ohja. 3-0 und 2-0. Der hat mich klärtner 3-0 und der Jakiro 2-0. Der Rubik ist auch mess. Husten. Upsi. Hopp. Ich scoute auch grad unten alles ab, Luke. Da ist eigentlich keiner hier rankommen. Hm. Wieder vorhin geht runter. Musste aber sagen, ne. So. Ich bin am Essen. Nein! Oh, Creep. Du stirbst, Bastard. Ich komme. So. So einfach macht man dann. Der wollte mich auf die Cliff schlüpfen, sonst hat der... Kann ich dann nicht akzeptieren. Kannst doch runterrollen. Rubik ist immer noch... Ach, der ist tot. Ich hab Ulti über ins Luke, ne. Ah, der ist da weggegangen, bin so blöd. Toll. Da hätte er recht hoffen, ne. Rubik ist immer noch mit. Ja gut, der ist leicht zu dodgen, wenn er noch nicht... Und den sieht so lange... Ich hab's trotzdem mal probiert. Ja, ist gut so. Ja, ich bin ja doof gewesen, hätte mal gleich Ulti sein sollen. Ich hab meine... Hab ja eine Raw Range. Ja, ich hab ja... Ich hab schon ein paar Sekunden wieder das Mana von Stun. Ne, trau ich mich noch nicht. Ich will jetzt erstmal mein Item da kriegen. Da haben wir... Drums. Machen wir mehr Schaden. Okay, ich versuch's jetzt mal, ne. Jetzt, ey. Lass ihn mal hinterher rennen. Oh. Ah, der hat Ulti, oder? Oh. Der hat Ulti, scheiße. Ja, ich bin tot. Ah, der war doof. Ich hab noch keine Mana rechtzeitig. Alter. Das war leicht scheiße. Das war scheiße, ja. Weil vor allem die Akasha kommt auch noch hoch. Diese dumme Schlampe. Ich bin nur so ein Russe. Ja, die unten haben wir schon gewonnen. Na gut. 5-0 Chaos Knight. Carry. GG. Ich meine, was der Chaos Knight schon alles hat. Ja, der hat auch schon Drum. Ohja. Okay, doppelt Drum, naja. Doppelt Held besser. Lass noch mehr in die Brüche. Seitdem du es umgekehrt hast... Wir fahren jetzt. Gebt, Ongel. Ihr habt einen Taini. Ja. Ach, das ist ja dieser Noob-Taini. Ja. Ja. Oh leu, ich bin so... Leu, der hat dir Dings geklaut. Mach mal weiter, ne? Ach, guck mal, hier ist der jene. Oh, der Void. Ja. Er hat Ulti auch noch gezündet, ich dürfte tot sein. Glaubst du, wir können die töten? Der Void hat keine Ult mehr, ne? Und Robin ist weg. Robin? Robin ist weg. Hilfe, ich hab noch... Ich hab noch Primal Raw. Alter, jetzt werde ich natürlich gebacktrackt von dem Arschloch, ne? Oh. Oh. Hilfe. Da blinkt sie. Neun Sekunden. Komm einfach mal drei Stück hoch. Oh. Komm, bitte. Bitte. Nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Komm, komm, Tower. Tower gelaufen. Warte jetzt auf sie. Komm her. Zu der Kampf. Ach, die haut ab. Wie sie so ertöten, wenn es danach geht. Ach, jetzt hat sie Angst oder was? Hier oben ist der Void immer noch. Was hat denn der Void für das 2-2 hat er? Oh lol. Mann, oh, das sind Fehler. Was ist denn? Bisschen nice aus von uns. Oh, was war aber? Nee, es ist ein Meu rock. ? Gart nicht. Mit dem es nicht der Fall ist. Bicht. Much ist das. Ich hab angefangen. Erist. Ja, ich unterstütze. Ja, da könnte der mich mal bitte in Ruhe lassen Oh, da kommen noch mehrere ran, oder was? Oh, danke, Manta Komm, reach in Rune, reach in Rune Stopp die Rune, Manta, hol sie mal Manta Du gerade Der ist immer noch Ja, aber haben sie sich schon geholt, Rune Okay, um werde ich gegaut Ah, furchtbar Gehen wir sowieso weg zu base So ein Palastis unten machen mit dem großen Kyler Tani auch, ob wir sollten Top-Tower verteidigen Ja, ich dachte, ich habe jetzt eine Kronomicon, habe ich immer noch nicht Oder soll ich mir einen Blinkdecker kaufen, was meint ihr? Guck mir einen Blinkdecker Ja Boah, der ist aber Kascher Warms Wie oft das schon rumpockt hier 4 Sekunden, Alter Der ist noch, noch der Der hat den Tower so Alter Der hat den Tower so Schauen wir mal wen wir hier haben Oh mein Gott Oh mein Gott Leute, schau mal wo ich gerade geschwinkt bin, ich war oben an der Kugel LOL Ist auf der Tiny, ne? Ach, Ulti, Luke Ah, ja Ja, ich weiß noch, dort müsste ich überleben Oh ja, der Chaos Knight ist gut Ja, Kugel supportet auch perfekt War geil Der FaZe ist, Alter, was würdet ihr sagen, der hat noch nicht mal einen Battle Fury Noch nicht mal anernend Mann, der hat jetzt nicht so einen Trunk-Kill-Boot, der hat ja überhaupt nicht drauf Ja, frag mich, warum er Trunk-Kill-Boot hat Dann kommt die ganze Armee wieder nach oben Na gut Oh mein Gott Chaos Knight stirbt wahrscheinlich auch Ne, Chaos Knight stirbt sowas von Mach ich den eigentlich gerade für'n Bullshit? Ach, den krieg ich noch, Leute, den krieg ich noch locker Ich hab leider keine Ulti für dich, ne? Ist schon in Ordnung, ich renn weg Ich versuch's Ich komm... fang nur mal hier hinzukommen Ich kann vielleicht n... Ich... Ich wollte ihm grad den Coup... Oh, Scheiße Egal Hm, riskantes Spiel BAMS Ah, mein Vogel ist ja auch noch dabei Hier ist der Faceless, ne? Hallo Ja, gut, ich will den Faceless gar nicht holen Der haut uns alle Der will, der will, mein Vogel, gucke, gucke Na komm Komm Faceless, versuch's doch noch mal Hallo Mein Vogel Ach, der kommt mal... Loy, der hat einen Vogel echt gekriegt Der hat's extra geworbt, ne? Den kannst du jetzt holen Er hat doch...er hat noch seine Ulti hier Ah Warte mal, ich defende mal oben schnell. Das nehme ich mir. Jetzt konnte ich nicht verzichten. Der Rubik packt aber mal meine Illu. Oh, und Ulti! Blau und Ulti auf meine Illu vom Faceless. Er hat echt seine Illu. Er hat meine Illu. Er ist echt ein kluger Mensch. Da gibt's ins Gesicht. Hab ich schon gesagt, das Game können wir mal verlieren. Müssen wir uns konzentrieren. Oh, Muruno müsste Top gespawnt sein. Oh, gebetet eigentlich. Äh, Manta hat's auch nicht mehr. Manta ist, glaub ich, noch am Essen. Oh, ich war die ganze Zeit gemutet. Oh, lecker, boah. Du bist auch ein kluger Mensch. Lass uns die Top auf der Toplane nochmal kurz snacken. Warum redakt ihr das denn auch jetzt erst, Alter? Ich war die ganze Zeit am Essen und denk mir so, hm, was ist mir cool damit? Hab das noch schon die ganze Zeit gesagt, Alter. Warum sagt der denn das schon? Der Lee, der Lich. Der Lee? Der Lich. Ah, knapp. Oh, Luke. Du solltest weglaufen. Ach komm, ich hol mir erstmal die Akasha da raus. Komm, wir killen den Tor 10. Ist schon gut, dass du die Ulti aktiviert hast, ne? Dadurch sehnt man nicht mehr durch. Boah, annihiliert. Soll ich das sagen, Overkill? Oh, ein bisschen. Jetzt kann ich endlich auch wieder reden, Alter. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum mich keiner zuhört, ey. Ihr Penner. Mein Farm ist nur ganz, ganz scheiße. Und? Für den Kanal werde ich, glaube ich, sobald ich einen Beta-Access zu General 2 habe, da ich ja schon bereits ein E-Mail erhalten, ne? Also, was heißt das? Das ist dann General 2 wahrscheinlich auf YouTube aufnehmen. Wenn es, wenn es nicht ruckelt, Alter. Ja, heute hast du ja auch damals aufgenommen, ne? Alter, aber in der Nase tut so weh. Da ist Milchack, ey. Na, warum lachst du noch? Hast du gelacht, aber ist ja alles hochgekommen. Durch die Nase gezogen. Ja. Wie mit dem Milchack normalerweise auch immer durch die Nase. Das ist eigentlich gar nicht so unnormal bei mir. Oh, was ist denn? Das ist die Nase hier. Du schießt wahrscheinlich auch nicht nur ein Milchack durch die Nase, wie ich dich kenne. Was? Du schießt wahrscheinlich nicht nur Milchack durch die Nase. Was denn noch, hm? Den Schnee, Roba, in den Schnee. Wollen wir die nochmal oben probieren, nochmal oben topzunehmen und dann ihr rexen? Ja, ich hab auf jeden Fall Ulti und Q. Warum wollen wir dich denn mitheatmen, das ist auch zu stören. Ich bait ihn mal oben. Auch wenn es ein bisschen offensichtlich ist. Okay, die kommen alle aber auf mich zu. Die haben wahrscheinlich hier Worts oder so. Oh, lol. Kommt über uns alle, ne? Renn weg. Wollen wir mal kämpfen? Äh, nee, lieber nicht. Da kommen vier Stück. Okay. Ich hab ein Problem. Ich muss kämpfen. Ja, ich komme. Aber ich hab kein Mann an Notz, hab ich. Boah, ich hab wieder sichtbar gemacht. Na, Luke, ich glaub, äh... Geh rein! Nee, irgendwie nicht so. Nein! Die Face ist nötig. Oh, da kommt die Rettung. Oh, Leute, die sind... Die Gegner sind jetzt so tot, ne? Oh, Luke, Luke, Luke! Rennen! Leute, nice! Schwer! Nee, das Gesicht! Geil! Oh, Problem, Mirana! Also... Hm. Mit einer Hand die TUS-Kombo zu machen, ist ein bisschen schwerer. Ich hab keine Hotkeys verwenden können. Ja, du bist auch noch dabei essen! Hm, lecker Big Macrad, Alter! Gucka ist ja auch ein dicker Mobs, Alter, der will ja alles essen. Ja. Der isst dich ja auch, ne? Der muss essen, das ist ja Lebenssinnheit. Hm. Boah, der hat mein Vieh gekillt, so ein Arschloch. Also recht, Ganon, ich muss essen, sonst sterb ich. Aber ich glaub, das muss jeder Mensch, ne? Nein, nur ich. Tschüss, Mirana. Oh, und... Gucka, der zieht's runter zu mir. Ha! Und gedodged. Was, Ingo Fock? Achso. Was? Ich hab, ne, ich hab gerade Ingo Fock verstanden, aber es war Ingo Fock. Ich hab Banish verstanden. Guck mal, ja. Das denkt für mich aus, ich glaub, da kann ich nicht mehr so richtig einsteigen, oder? Na, du bist eher gestunnt. Ich bin da ganz, ganz weg. Ich komm nach oben. Ich lass euch sterben. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich komme! Ich bin eure Rettung, nicht so wie Luke. Euer Untergang. Ja, Lich hat über seine Ulti gemacht, die ist rüber. Ich lage, ich lage mal den hier. Echsten, Luke. Ich hab die Korb gekillt. 15,3 Luke, was ist los? So schlecht heute? Leap forward, Bursa. Am miran, das ist ja auch ein geiler Char, Alter. Hey Luke, der Kuh hat nicht getroffen, oh the fuck. Ich weiß, ich dachte, der wäre gerade Max Range gewesen, oder? Mist, ich dachte, ich kann es dealen. Manta-Style. 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 Oh, lol. Oh, ich dachte, der was ist das nach 4 menos witch. Boah. Okay, renn weg. Oh, ich hab es übers Necronomicon, ne? Sehr geil. Oh, beginn, der Garten! Loll, lolololololololololololololololol!!!! Canaver Geh- 0!!!! Nein! Nicht reingehen! Aus! Böse! Ich glaube, miraner sollte aufpassen was sie macht. Ach, alles easy. Ich hab zwei Haltränke geholt. Da ist Chaos Knight da drinne. Der hat wohl Spaß. Huiiii! Wie gefährdet ist der? Da weg! Huiiii! Was mache ich hier? Weg! Weg! Oh, danke! Boah! Garland! Lass wegrennen! Ah, die Coop kommt! Verdammte Scheiße! Boah, er hat mich voll zu dir hingeschmissen, ne? Dadurch hat er mich gerettet, ne? Ah, die Coop kommt! Sie hat sich, ich glaube, er hat sich im Visier. Ich hab mich einfach zurückdefeiert. Huiiii! Ich versteck mich hier. Und tschüss. Und tschüss. Ich stand einfach an der Basis und hab mich zurückdefeiert. Obwohl ich fast tot bin. Uh, der FaZe ist ja da. 2-7. Der Rubik 2-9. Look da mal gute Arbeit. Alter, die Bottom, der guckte die mal an. Lich Tiny. Ja, die wurden vollkommen zerrissen. Alter. Ein dicker Mann im Schneeball kommt. Er hat ja gleich wieder seine Ulti, der Robin. Ja, das braucht er nicht mehr dafür. Ich bin nötig, bitte. Zwölf, drei Zwölf, was würdest du sagen? Ich bin, glaube ich, überall so ein bisschen dabei gewesen. Irgendwie haben die Keras die meisten... Ja, gegen eine FaZe ist Void, der seine Illusion geultiert hat. Luke Katzen gibt und du bist ein Pro. Ne, das meine ich nicht. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wo ich die zwölf Supports herbekomme. Ja. Machst du den cool, dann hast du die... Nein! Nein! Lass uns von oben reingehen mit meiner Ulti. Oh. Aber ich brauche nicht mit meiner Ulti. Wir hätten bei uns in die Pugelbett. Keine, das war dein Necronomikon. Eine Necronomikon, ja. Oh. Ich hab 19 Assists, was zum Teufel. Alter! Oh, lol. Ich lau erstmal auf voll rein, bin ich klug, ey. Rette dich, Luke! Luke wie ein Schnitzel. K, U, L, C, K. Hallo, C, K. Killsteal! Wir losen uns einfach kaputt. Warte, soll ich das denn durchmachen? Na, nur... Du rollst, lässt es sich da mit reinrollen. Hätten die Queen of Energy so viel aus, Alter. Was ist mit der los? Hat die Anabolika geschluckt? Go in there, pussies. Okay, Necronomikon, Level 3 hab ich gehört. Jetzt geht's richtig ab. Wuuu! Tschüss. Oh, oh. Schau euch mal zu beim Kämpfen. Hat da meinen Q gesteilt. Boom! Da geht er nur rein, um mir kurz noch nen Kill zu holen. Warum wer Damage luk? Der Ruby hat sich revived, neul. Oh, oh. Mirana, spring raus. Oh, oh. Gibt es nicht. Hyperland. OP. Oh, oh. Ja, mach doch keinen Damage, Alter. Komm. Nimm den Speyer an ins Gesicht. Loin, der hat keinen Damage genommen. Der hat mein Ding ist gebacktrackt. Alter, was hast du gemacht? Das war ich nicht. Der Ruby hat den Speyer geklaut. Oh mein Gott. Loin, du lebst das noch? Ja, ich hab dich umsichtbar gemacht. Komm mal her. Ey, Luke. Ich hau ab. Danke, Luke. Alter, Lebensretter. Komm mal, geil. Der Counter-Troll war das, Robin. Alter. Für den Counter-Troll. Oh ja. Ja, war das. Ah, dafür hat's Mantar nicht überlebt, oder wie? Ja, der ist gestorben. Nein. Irgendwie konnten die mich sehen. Ich lebe wahrscheinlich daran, dass ich angegriffen habe, auszusehen. Ich wollte, dass er auch voll Mantar in die Schul schieben, dass mich der gerade umgebracht hat. Das war ich aber nicht, der hat mein Zweck geklaut. Ja, der Ruby, Alter, der Wichser. Ich halte extrem viel aus, irgendwie, dass ich das überlebt hab. Ich hab so mehr HP als der Chaos Knight, ne? Joa, ein höheres Level. Weinen sollen sie assist, was zum Teufel. Ich weiß nicht, warum wir hier noch so rumspielen und nicht einfach mal... Hey! Der Turquise, der Turquise, schnapp den, aber ich fress ihn! Bin ich auch gut. LOL! Hi! Auf, darauf hab ich gewartet. Push mal mit, Alter. Oh, der kennt einfach den Throne. Oh, jetzt kriege ich gerade FS-Anbrüche, harte. Das bedeutet, wir müssen das Game jetzt finishen. Ach. Oh ja, wir müssen das Game jetzt ja nicht mal finishen, wird ja sonst langweilig hier, ey. Wie ist denn Attack-Speed haben, ist doch abartig, ey. Warte, ich will aber ein Kill noch machen, bitte! Der bottom tower has fallen. Geil, ich hab ich nicht mehr. Ja, aber... Hast du... Hast fallen... Mh... Oh, da haben wir gewonnen. GG! GG! Warne ja auch... Ups, ey. Ja. 15, 18. 54, 18. Ist, glaub ich, ein klares... Ergebnis. Okay, Leute. Schlusswort? Luke, mach du das Schlusswort, das ist dein Video. Der Big Mac schmeckt gut! Der Big Mac schmeckt gut. Der Big Mac schmeckt gut. Dann überlassen wir es.